Es gibt viele Bereiche, wo man wirklich Geld in die Hand nehmen muss, damit diese Gesellschaft kinder- und familienfreundlicher wird. Zum Beispiel braucht es deutlich mehr Kita-Plätze, die auch gut ausgestattet sind. Vielen jungen Eltern geht es so wie mir, dass die Suche nach einem Kita-Platz verdammt anstrengend und kompliziert ist und nicht immer gleich von Erfolg gekrönt ist. Zum zweiten muss das Elterngeld auf jeden Fall weiterentwickelt werden. Wir haben jetzt eine Situation, dass wenn Vater und Mutter sich reinteilen und quasi auf Teilzeitarbeit gehen während der Elterngeldzeit, sie finanziell benachteiligt werden. Wir meinen ganz im Gegenteil, es muss belohnt werden, wenn sich beide Elternteile da jeweils reinteilen in die Erziehungsarbeit. Wofür man aber definitiv null Euro ausgeben muss, ist das Betreuungsgeld. Denn das Betreuungsgeld setzt die vollkommen falschen Anreize. Es verdonnert quasi Eltern, die auf dieses Geld angewiesen sind, dazu, dass ihr Kind nicht in eine Kindertagesstätte kommt. Und das ist falsch, denn die Kita, das ist ja nicht nur wichtig, um den Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen, sondern die Kita ist auch ein Ort, wo Kinder mit anderen Kindern in Kontakt kommen, wo sie Kinder auch aus anderen Milieus kennenlernen. Und vor allen Dingen ist die Kita ein Ort der frühkindlichen Bildung, die man keinem Kind vorenthalten sollte.